ja die Leute, wir haben das gedacht vielleicht hat der Schnee den Lamm gewerft Ambo, Wammel, wir werden weiter ich komm hier nicht runter was soll, was soll der Scheiß? ja, die können einfach hier runterjumpen und ich muss den fucking Weg nehmen oder was? Arschlecken wieder runter ja, ich muss den Drecksweg nehmen ja, ich muss den Drecksweg nehmen in wo? schon wär's mal schön zu schneen, Leichenbült ist ja voll unbegal lustig, ich bin vom Mörser, so können sie nicht zerfällt Tarno, T-Bank so mein großer Wohlheiztel, ne? willst du mit Pinkeln gehen? komm hier, Pinkeln hier hin ich bin schneller, ich bin schneller, ich bin schneller, ich bin schneller ich bin schneller sehe die Antennenanlage ausschalten ich bin adolescente ich bin schneller wir müssen mit der Rakete ach mit der Rakete, wüsste? dann kannst du irgendwie steuern StEEP ja das ist eigentlich gut nur das ding hauseländer gepflückt stirb 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 Da kommt noch mehr! Der wird nicht mehr in der ganze... Oh, ich bin so fattig gut, Alter! Ah, hier, Feuerwehr! Ja, guck mal, wiii, Feuerwehr! Wer wollte um den Zollerku? Schnauze ist keine Blöde Antwort jetzt geben. Einfach sagen, ja, ich wollte zu Zollerku. Nein, einfach nur sagen, ja, ich wollte zu Zollerku. Nein, einfach nur sagen, ich wollte zu Zollerku. Ich bin müde, verdammt, Alter! Ich bin da! Vielleicht kann ich auf mich selber schießen. Ich kann auch meine Freunde schießen. Ich verlasse das Ding einfach mal. Und dich, düse, 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 sause, schritten. Mein bester Freund, der Warhound! Bis zu einem Meter groß! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Da kommen noch mehr! Ja genau, lebt die Schöne! Ja genau, lebt die Schöne! Ja genau, lebt die Schöne! Gegner tot, weiter tot, wir haben's bleibt Bleib krass, erledigen wir sie Aua, 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 Aua Es wird zu heiß, in Deckung Ja, was ist das? Ja, was ist das? Ja, was ist das? Was ist das? w reich magnifict Oh, Panzer, Prenzrr Ich weiß nicht, dass ich das über die Beleidung habe. Gegner, bewegt dich! MTW! Achtet auf den MTW! Ja, aber ich kann mich auch gut eingeschraben. Los, mach dir alles! Nein, ich liege! Red dich um, du Arsch! Klicke hinter dir! Okay, dann die. Das ist ein KI! Wir spielen ja online! Er ist tot! Feind hat eine Panzerfaust! Boop! Turb! Weg des Ländes! Sooo! Oh, ist das langweilig! Von links? Tschüss! 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 Oh, guck mal! Auf 9 Uhr! Wiii! Das war so unendlich! Das war so unendlich! Ah, das ist ein inundlicher Herzeiter. Von daher ist mir das egal. Auf 9 Uhr! Wir kommen! Verordnung ist da! Overlord Hunter! Vorpfosten gesichert! Wir ziehen weiter! So! Was seid ihr denn? Ich bin schon durchgerannt! War ganz easy! Das Ding ist nicht so schnell! Komm mit, Bobby! Na? Bist ein feiner Junge! Ja! Du verstörst Menschen! Sowas wird irgendwann sonst die Welt regieren, also... Zumindest... ...müssen wir nicht schwimmen! Es darf zu quengeln, wenn du fahren darfst! Vielleicht... So lang sein! Der kann rein! Na? Bisschen kalt! Für eine verlassene Station ist hier eine Menge los! Ja! Und das war erst der Vorposten! Das ist der Aufklärungsteil des Jobs! Die fliegenden Augen sehen auch nicht alles! Man sollte meinen, dass so viel Aktivität auf jemandem aufgefallen sein muss! Wir haben alle unsere Geheimnisse! Wie überrascht wären wohl die Russen, wenn sie nach Dulfer kämen! Na gut! Ich will nur hoffen, dass uns sowas hier nicht erwartet! Verstanden! Rechnen mit dem Schlimmsten! Und lasst den Warhorn vor! Der ist ersetzbar! Ein ganz wichtiger kleiner Kahn! Er ist nicht wirklich klein! Okay Jungs, jetzt den Hut gerade! Wir kommen unter Leute! Alles klar! Die höchste Priorität wird für uns ein Abbild ihres Hauptrechners! Wenn wir das haben, machen wir den Laden dick! Verstanden! Legen wir los! Ich würde mich nicht sicher wohl fühlen, wenn ich in so einen kleinen Raum mit so einer Maschine eingesperrt wäre! Ja, und oh, plötzlich sind wir hier! Wo ist das fucking Schiff? Oh, vollkommen! Das ist wohl kein Willkommensgroß! Die wollen die Basis abriegeln! Wir müssen uns beeilen! Hm, nein! Aber wir müssen uns ein bisschen beeilen! Ich wechsle mal auf den Warhound! Ich muss jetzt aber erledigt! Oh, boah, man! Maler mal! Trollali, tolalalalo! Das ist aber vielleicht ganz schön so! Es ist fucking kalt, Idiot! Sooooooo! Kontakt! Kämpft! Sie gehen in Zirkung! Lehn in Bewegung! Oh, Alter. So. So. So, ein Sovjetisches das U-Boot. Yankee-Klasse. Sind wohl nicht alle stillgelegt. Mir schmeckt die Zukunft. Zeig sie, macht die Irre! Das ist doch nichts. Er ist vor, was das Rundmachen! Na! Wer ist das jetzt schon? Ach, das ist einfach nur ein sovjetisches U-Boot. Auf der Wolke! Ach, ich bin gerade zum Deckung gegangen. Ich bin mir gerade zum Deckung gegangen. Ich bin mit einer wiedergelegen. Vielen Dank. Ey, die Tannen uns automatisch auf den Weg gebracht, ich mich hinsetze. Okay, ich habe in den Weg gebracht. Ich bin mit einer. Ja, wir haben es gleich! ich achte nicht mehr wo es eigentlich noch so ist weg von uns sie ist erledigt kontakt direkt vor Ort wuch ich hab den Lenker in die Versuche gekriegt so für den Lenker geht es aber da stehe unter Beschuss ja funktioniert super ich hab den getroffen da ist ein Spielfehler so von woher hat denn der Scheißkau hier ist mein Start von unendlich aus Vorsicht sie kommen sie kommen von der Brücke hier 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 Oh mein Fuß ist reingeschlafen. Er geht in Deckung. Auf dem Fall. Sieh erledigt. Verdeckten wie in den Todesdorf. Alter, kuck mal, ich bin unsichtbar. Du hättest ein Stück Scheiße. Oh mein Fuß ist reingeschlafen. Oh mein Fuß ist reingeschlafen. Oh mein Fuß ist reingeschlafen. Untertitelung des ZDF, 2020